Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 18 mit Lincoln City. Jetzt geht es auswärts weiter. Schauen wir mal, ob wir den Chinesen wieder einsetzen können. Schaut so aus. Das wird man auch noch umändern nächstes Mal. So, Mekin... ... der Drew wollte mehr Einsatzzeit. Die bekommt auch am Anfang, zumindest in der ersten Hälfte. Schont nun mal Lovrenjic ein bisschen. Wenn man sieht, dass es nicht geht, dann ist sie eh gleich wieder weg. So, beginnen wir gleich mal schwungvoll die Spieler. Ja, das war Upside. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Also hier. So. Ja, beginnen wir eindeutig besser. Oh, ja. Kennedy Also schon wieder absetzt oder ja schade ein Tick zu spät gekommen der Pass Alter die können den Ball nicht g'scheiiter annehmen wirklich Tch hhhhh halt Alter vorda Er kommt in Stolpernung zum Fall Heide drücken, ganz schön, die Spieler. Knut, bring den rein, auf Arnold, aber leider zu zentral. Oh Gott sei Dank. Schön gelöst, George. Wieder aber abgedrängt. Oh, was war das? So kann man auch eine Chance zunichte machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schön gelöst hier Church Und so lange gewartet Gerade gewartet, ob noch wer mitläuft in die Mitte Oh, das war dumm Ja, sie stehen sich hier selber im Weg in diesen Match Das merkt man Oh mein Gott, was war das? Das nächste Mal sollte ich das selber machen Oh, der läuft wieder nicht mit Kennedy Wieder eine Top Chance von Church Und wieder ausgelassen Oh, das war von hinten Auch noch Brustwick Fuck Ja, mal in die Pause retten Und dann schauen, was man tun kann Aaaaaaah Bustwick tut weh Gesundheit Da, 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 da Da, 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 da Da Aaaaaah Bustwick so doppelwechsel jetzt man muss es riskieren man nimmt hinten den rechten verteidiger aus dem spiel oder da blockiert man sich selbst oder noch sein wacher ball oder ja die chancen die man nicht macht die bekommt man sehr gefühlvoll ins andere eck gezirklicht und und Arnold. Uhuhuhu, Eigentor. Eigentor. Einmal nicht für mich. Also einmal nicht gegen mich. Unglücklich hier abgewährt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ja, blöcke mir nicht. Hmm. Boehn, aber jetzt sind sie ihm leicht im Kommen. Ja, Knot konnte hier nicht vorbeispielen. Oh. Nein! Nein! Scheiß doch die Wand an, Alter. Das gibt's ja nicht. Nein! Alter, Forder. Das ist eine richtige Arsch-Partie. Hm. Ja, ne, ne, man macht's nicht bemerkbar. Das halte ich mich jetzt nicht. Son Lofrancic, der hat jetzt Platz und fällt jetzt hinten, wenn er nicht schnell zurück Jertl Lofrancic, viel Platz hier Oh, gut zurückgekämpft Knott, 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 Knott 2 zu 2 Ausgleich Zuziehend 1 und 80. Minute Vielleicht sein wichtigstes erstes Tor Schön von Lofrancic herausgespielt Was geht da jetzt noch? Geht da noch was oder nicht? Gut, keine Auswechslungsmöglichkeiten mehr Ah, f*** dich Der bettelt auch einmal, um eine Partie auszusetzen Oh 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 Das war nix Das war nix Das auch nix Jawohl Mit dem Punkt kann man sehr gut leben zu Zehnt Gut Gott sei Dank Da war das Glück auch ein bisschen auf der Seite von Lincoln City Ja, es war ein bisschen von hinten, aber es hat nicht so brutal ausgeschaut Man hat auch Glück gehabt hier Hier mit dem Eigentor hat man sich wieder zurückfighten können Und letztendlich ist eigentlich auch Knott Der Match wieder für Lincoln City Hier sehen wir nochmal das 2 zu 1 Was schuldet durch einen Elfmeter Durch einen Fall im Strafraum Und da sehen wir das Knott Zum Endstand von 2 zu 2 Ja und das war's auch schon wieder von diesem Spiel Ich bin der Fanggamer Macht's das gut Bis dann Und Ciao Ciao